Norddeutscher Rundfunk 2021 Norddeutscher Rundfunk 2021 Norddeutscher Rundfunk 2021 Norddeutscher Rundfunk 2021 Oh, so ein Tag auf der Ski ist schon etwas Cooles. Hey, und du hast dich gar nicht so dumm angestellt, ausser dass er fast deinen Ski-Ski-Ski verknallt hat. Hey, das hält mich davon, wenn man sich auf etwas überschnüren lässt, was man nicht mal Lust hat. Nein, und dann kann ich es nicht mal gut. Ah, jetzt tu nicht so. Hätte jedem passieren können. Du musst halt nächstes Mal etwas vorsichtiger sein beim Einsteigen. Nächstes Mal? Nächstes Mal! Ich sage dir, garantiert kein nächstes Mal mehr bei mir. Es war genug peinlich, die Bauchlings auf dieser Rampen zu liegen. Nein, und an diesem Winter-Tournetabend kommen wir gerade nicht. Ah, jetzt tu nicht so, du kleinen Süderi. Ich gehe auf jeden Fall. Der Sportfit hat ein mega-cooles Training organisiert. Vom 8.00 bis 9.00 Uhr in der Tiefgarage vom Torstreff. Ski-Stöck und Mätteli darf man dir nicht vergessen. Das möchte ich mir nicht entgehen lassen. Na, vielleicht komme ich gleich. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.